Neue Details zur Starship Super Heavy-Landung von SpaceX. Welche Hardware und welche Startlizenz wird Flug 6 verwenden? Falcon Heavy Start zum Jupiter. Axiom und Prada zeigen Mondanzug für die NASA. Als den ersten in Europa gelingt Schweizer Studenten Start und propulsive Landung einer Rakete. Und WAS zeigt Design von Mehrmodul Raumstation für zeitnahe Ablösung der ISS. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Das Video heute, das wird euch von den Senkrechtstarter Schutzengeln präsentiert. Also allen Menschen, die Senkrechtstarter regelmäßig auch monetär unterstützen. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Als kleines Dankeschön gibt es auch alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Es war die Woche der ersten Starship Super Heavy-Landung. Und obwohl wir in Zeiten leben, in denen es Woche für Woche tolle Neuigkeiten und spannende News aus der Raumfahrt gibt, so will ich diesen spektakulären Start vom 13. Oktober 2024 noch einmal aufgreifen. Gestartet zum fünften Mal die vollintegrierte Starship Super Heavy-Rakete von SpaceX. Mit über 121 Metern Höhe und einer Treibstoffgesamtmasse von etwa 4.600 Tonnen, das mit Abstand schwerste fliegende von Menschen gemachte Objekt. Unglaubliche 7.700 Tonnen Schub sollen die 33 Erststufen-Raptoren laut SpaceX während des Starts geliefert haben. Auch wenn alles an diesem Start beeindruckend war, großes Highlight natürlich die Booster-Landung, von der SpaceX im Laufe der Woche immer mehr Aufnahmen veröffentlicht hat. Nur etwa sieben Minuten nach dem Start kehrte der 71 Meter hohe Erststufen-Booster zu seiner Startrampe zurück, um mit einer erneuten Triebwerkszündung dem unvermeidlich scheinenden Aufprall zu verhindern. Weiter noch der nur Momente vorher bedrohlich schnelle Booster schwenkt in die Fangarme des Start- und Fangturms ein und findet dort wie selbstverständlich einen ruhigen Halt. Wie absurd sich das Ganze für einen Außenstehenden dargestellt hat, so geradezu wahnsinnig erscheint die Ansicht aus dem landenden Booster. Hier gut zu erkennen, wie der Booster erst einen Punkt im Sumpf südlich vom Starttisch anfliegt und erst im letzten Moment seinen Flug in Richtung Fangarme korrigiert. SpaceX hat nun auch Kameraperspektiven vom Startum veröffentlicht, die das finale Landemanöver, aber auch das butterweiche Einschwenken in die Chopsticks zeigen. Wie man bei diesen Aufnahmen auf die Idee kommen kann, dass es lediglich Glück war oder dass das SpaceX-Team nicht wüsste, was es da tut, ist mir völlig schleierhaft. Auch gut aus dieser Ansicht erkennbar die Eismarken. Ein Indiz, dass die Tanks noch eine gewisse Menge der cryogenen Treibstoffe beinhalten müssen. Mit Sicherheit einer der großen Performance-Schrauben für den Booster, Gewichtsreduzierung der Trockenmasse durch Designverbesserung und Verringerung der Resttreibstoffmasse. Es lässt sich nur erahnen, wie wertvoll weitere Kameraansichten aus den Tanks für das SpaceX-Team sein müssen. Von denen haben wir leider keine Aufnahmen. Dieser problemlose Verlauf dieser allerersten Landung lässt es erahnen, wie viel Luft da nach oben SpaceX noch hat bei der Optimierung dieser Landetechnik. Denn was haben wir bei der Falcon 9 gesehen? SpaceX hat innerhalb von 10 Jahren im regulären Flugbetrieb die Leistung der Falcon 9 verdoppelt und nebenbei die Wiederverwendung perfektioniert. Und jetzt sind 33 Raptor-Triebwerke zurück. Einige vielleicht im besseren Zustand als andere, aber allein die Kostenersparnis, die Triebwerke nicht immer wieder erneut produzieren zu müssen, die ist enorm. Die Triebwerke sind mit großem Abstand der Hauptkostenpunkt bei Raketen-Erststufen. Sollten die SpaceX-Teams die Super-Heavy-Booster nun zeitnah wieder starten und erneut landen können, hat die aktuell konkurrenzlos günstige Falcon 9 einen Meister. Apropos SpaceX-Teams, Booster 12 ist mittlerweile zurück am Bauplatz und wurde von einem Spalier von SpaceX-Mitarbeitern begrüßt. Auf den Nahaufnahmen von NASA Space Flight, da scheint Booster 12 tatsächlich im guten Zustand zu sein. Ein paar Kratzer hat er, ein bisschen was ist abgeblättert. Ja, vielleicht darf Booster 12 ja wirklich wieder fliegen. Wie dem auch sei, denn der nächste Booster, der steht ja schon bereit. Booster 13, aktuell der wahrscheinlichste Kandidat für einen sechsten Flug der Starship-Super-Heavy-Rakete. Ihm fehlt an Tests theoretisch nur ein Static Fire, um es Booster 12 gleich zu tun. Wie weit SpaceX mit seiner Vorbereitung ist, das kann ich euch aber nicht sagen. Vermutlich das größte Hindernis für einen nächsten Flug, die Startinfrastruktur. Ja, richtig, wir sehen keinen Krater, keine abgebrochenen Fang- oder Tankarme, wie der eine oder andere vielleicht bei diesem fünften Flug noch befürchtet hatte. Aber auch diesmal haben Statisch- und Tankverbindungen sichtlich gelitten. Wenn wir uns die Reperturarbeiten nach Flug 3 und 4 anschauen, sollte SpaceX die Startanlage aber in ein bis maximal zwei Monaten wieder auf Vordermann haben. Felix von Whataboutit hat am Freitag in seinen News von Gerüchten gesprochen. Die Woche vom 0.11. könnte vielleicht das nächste Startfenster sein. Ich gestehe, nach Flug 4, da war ich zu optimistisch und IFT 5 hat dann doch länger auf sich warten lassen. Wie viel dabei der Regulatorik geschuldet war, das sei mal dahingestellt. Ich lehne mich trotzdem mal weit aus dem Fenster. Ja, noch dieses Jahr gibt es den nächsten Starship-Super-Heavy-Flug. Wie gesagt, nur mein Bauchgefühl. Wie wir aus dem SpaceX-Livestream wissen, ist Ship 33, also das erste Starship der Version 2. Optisch zumindest auf Testniveau, obwohl wir noch keine feurigen Tests gesehen haben. Ship 31, das letzte Starship der Version 1, das ist potenziell getestet, aber wie bei Ship 30 musste man sein Hitzeschild abnehmen und es neu kacheln. Was meint denn ihr? Dieses Jahr noch einen Starship-Start? Und wenn ja mit Ship 31, um die aktuelle Startlizenz vielleicht zu nutzen, oder mit Ship 33, also das erste Ship der Version 2? Schreibt mir und den anderen doch gern unter dem Video. Weiter zu den spannenden Zeiten. SpaceX will ja bekanntlich eine Stadt auf dem Mars errichten. Der Firmenchef hat diese Woche erneut eine simple Rechnung zu dem Thema aufgemacht. Derzeit würde eine Tonne Nutzlast auf dem Mars etwa eine Milliarde Dollar kosten. Für eine sich selbst erhaltende Stadt auf dem Mars, da würden vermutlich rund eine Million Tonnen Fracht von der Erde benötigt. Das heißt, bei den aktuellen Kosten würde das Ganze eine Million mal eine Milliarde Dollar kosten. Elon Musk selbst räumt ein, das ist aktuell eine völlig unmögliche Zahl. Seiner Argumentation nach muss Raketentechnologie um das Tausendfache verbessert werden. Das würde die Kosten für eine nachhaltige Multiplanetarisierung auf etwa eine Billion US-Dollar senken. Noch immer eine große Zahl, aber auf 40 oder mehr Jahre verteilt, könnte das weniger als 25 Milliarden US-Dollar pro Jahr werden. Ja, zu diesem Preis, da wäre es möglich, das langfristige Überleben des Lebens, wie wir es kennen, zu sichern, ohne den Lebensstandard der Menschen auf der Erde wesentlich zu beeinträchtigen. Ja, und das Starship, das wäre darauf ausgelegt, eine mehr als tausendfache Verbesserung gegenüber bestehenden Raumfahrtsystemen zu erreichen. Seit dem Boosterfang und der präzisen Wasserlandung der Oberstufe, da wäre Elon Musk jetzt davon überzeugt, dass es funktionieren kann. Vielleicht auch ganz interessant, 25 bis 30 Milliarden Dollar, das beträgt in manchen Schätzungen von Analysten den zukünftigen Umsatz des Starlink-Sathleten-Internets. Für die nächste Generation des Starlink-Systems hat SpaceX nun kleine, aber signifikante Änderungen beantragt. So soll Breitband mit Gigabit-Geschwindigkeit und sehr geringer Latenz sowie allgegenwärtige mobile Konnektivität ermöglicht werden. Die Anfrage beinhaltet eine Absenkung der Flughöhe von drei Starlink-Orbitalen um 45 bzw. 60 Kilometer Höhe. SpaceX möchte außerdem, dass die Starlink-Satelliten die Funkfrequenzen des E-Bands nutzen. Zusätzlich soll unter anderem der Einfallswinkel für die Sende-Empfangsgeräte vergrößert werden. So soll der Kontakt zu Satelliten länger bestehen bleiben bzw. zu mehr Satelliten gleichzeitig gehalten werden können. Für die nächste Generation des Satelliten-Internet-Systems braucht SpaceX laut eigener Angaben das Starship, da sich die neuen Satelliten wegen Gewicht und Größe nicht mit den Falken-Raketen starten lassen. Bevor wir uns die Starts der vergangenen Woche ansehen, hier ist noch eine Korrektur zu den letzten News fällig. Mit Apollo-Moment-Party, Space-Creator-Day und Starship-Start ist völlig an mir vorbeigegangen, dass die Falken-Raketen wieder regulär fliegen dürfen. Die FA hat SpaceX nämlich bereits am 11. Oktober die Wiederaufnahme der Falken-9-Flüge genehmigt. Wie ich in den letzten News bereits berichtet hatte, hat SpaceX nach dem Oberstufenvorfall bei der Q9-Mission am 28. September am 4. Oktober einen Untersuchungsbericht bei der FAE abgegeben. Der fehlerhafte De-Orbit-Burn, der führte zu einer außerplanmäßigen Wiedereintrittszone der Oberstufe im Pazifik. Die FAE, die akzeptierte die von SpaceX ergriffenen Maßnahmen. Details wurden interessanterweise jedoch nicht veröffentlicht. Für die HERA-Mission der ESA, da hatte SpaceX eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Für den Start der Europa-Clipper-Mission der NASA mit der Falcon Heavy, da war hingegen nie die FAE zuständig, da der Start unter einer NASA-Lizenz erfolgt ist. Ja und das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. Die Europa-Clipper-Mission zur Erforschung des Jupitermonds Europa ist am 14. Oktober erfolgreich an Bord einer Falcon Heavy gestartet. Die Raumsonde, die soll die Bedingungen auf Europa untersuchen, um unter anderem herauszufinden, ob dort Leben möglich wäre. Sie wird 2030 den Jupiter erreichen. Ausgestattet mit neuen Instrumenten, darunter Kameras und Spektrometer, wird die Sonde bei 49 vorbeiflügend die eisige Oberfläche Europas analysieren. Der Start auf der Falcon Heavy war kostengünstiger als die ursprünglich geplante SLS-Rakete, benötigt aber mehrere Vorbeiflüge an Mars und Erde, bevor die Sonde ihr Ziel dann erreicht. Trotzdem wird sie vor der am 14. April 2023 gestarteten europäischen Mission JUICE im Jupiter-System eintreffen. Das liegt vor allem an der deutlich leistungsfähigeren Falcon Heavy, die auf diesem Flug übrigens einen internen Geschwindigkeitsrekord bei SpaceX aufgestellt hat. Mit dem Bezugssystem Erde waren es über 45.000 Kilometer pro Stunde. Kehrseite der Medaille, alle drei Booster wurden auf diesem Flug dem Delta-V-Gott geopfert. Am 15. Oktober hat SpaceX 2 Falcon 9 gestartet, bei der Mission zur Erweiterung der Satelliten-Internet-Konstellation Starlink. Um 8.10 Uhr MES-Set von Cape Canaveral und um 10.21 Uhr MES-Set von Vandenberg in Kalifornien. Das Aussetzen der Satelliten gelang und auch die Landung der beiden Booster. China hat am 15. Oktober mit einer Langmarsch 6A 18 Satelliten für die geplante Megakonstellation 1000 Segel gestartet. Sie soll einmal über 14.000 Satelliten verfügen. Die Langmarsch 6A-Rakete, die brachte die Satelliten in eine polare Umlaufbahn. Dieser Start ist Teil der ersten Phase, die bis Ende 2025 648 Satelliten für regionale Netzabdeckung bereitstellen wird. Auch China, Mittwoch, 16. Oktober, da wurde der fünfte Gaofen-12-Satellit erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht. Der Satellit ist Teil des zivilen China High Resolution Earth Observation Systems, kurz CHAOS, und wird für Landvermessung, Stadtplanung, Erdertragsschätzung und Katastrophenhilfe eingesetzt. Man vermutet, dass der Satellit auch militärische Zwecke erfüllt, da China bei neueren Gaofen-Satelliten keine genauen Informationen veröffentlicht. Am Samstag, 19. Oktober, hat SpaceX von Cape Canaveral eine weitere Ladung Styling-Internet-Satelliten gestartet. Ja, und wenn dann die News am Sonntagmorgen, den 20. Oktober erscheinen, dann sollte SpaceX für OneWeb-Internet-Satelliten von Vandenberg gestartet haben. AXM Space hat zusammen mit Prada das Design des Artemis-Raumentzugs vorgestellt, der ja für die NASA-Mission zur Mondlandung entwickelt wird. Beim Internationalen Astronautischen Kongress dieses Jahr in Mailand, da präsentierte AXM Space Details zum AXM Extra Vehicular Mobility Unit, kurz AXEMU, der ab der Artemis III-Mission eingesetzt werden soll. Er ist eine Weiterentwicklung des NASA-Programms XEMU. Im Vergleich zu den Apollo-Raumanzügen soll der AXEMU überheblich mehr Beweglichkeit und zusätzliche Redundanz verfügen. Seit den ersten Designs hat Axiom den Anzug weiterentwickelt, wobei Prada vor allem mit seiner Expertise in Stoffen und Modedesign zur Gestaltung der äußeren Schicht beigetragen haben soll. Prada war auch für die Ästhetik des Anzugs verantwortlich. Der rote Streifen ist eine Hommage an die NASA-Tradition, den Kommandanten mit rotfarblich kenntlich zu machen, aber gleichzeitig natürlich ein Markenzeichen von Prada. Ich meine, Apollo 14 war die erste Mission, die den Kommandanten mit einem roten Streifenanzug kenntlich gemacht hat. Wenn ihr das besser wisst, schreibt das gerne in die Kommentare. Wobei ja da der chinesische Mondanzug mit seinem roten Streifen AXIOM und Prada nur zwei Wochen vorher ein bisschen die Schau gestohlen hat. Laut AXIOM soll der Anzug rechtzeitig für die Artemis III-Mondlandung 2026 bereitstehen, wenn das Datum mal hält, und kann auch für Missionen im niedrigen Erdorbit verwendet werden. Warst hat das Design seiner geplanten Raumstation Haven 2 vorgestellt. Haven 2 soll ab 2028 in mehreren Modulen gestartet werden und auf der für nächstes Jahr geplanten Haven 1-Station basieren. Haven 2 soll als Nachfolger der ISS im Rahmen des NASA-Programms für kommerzielle Raumstationen dienen. Die Station wird bis 2030 mehrere Module umfassen, darunter ein größeres Kernmodul mit Undock-Ports, eine Luftschleuse und ein Roboterarm. Warst will die Station vor allem für die NASA als Forschungsplattform nutzen, sieht aber ebenso kommerzielle Anwendungen wie die Herstellung von Medikamenten und Halbleitern sowie touristische Anwendungen. Aktuell bewerben sich viele unterschiedliche Firmen um das NASA-Programm für kommerzielle Raumstationen, unter anderem AXIOM Space, Blue Origin und Starlab. Die NASA hat entschieden, die SpaceX Crew Dragon für sämtliche ISS-Besatzungswechsel 2025 einzusetzen, da Boeing Starliner ja weiterhin auf eine Zertifizierung wartet. Die Q10-Mission soll im Februar 2025 mit den NASA-Astronauten Anne McLean und Nicole Ayers sowie dem JAX-Astronauten Takuya Onishi und dem russischen Kosmonauten Kirill Peskov starten. Die Q11 folgt dann im Juli 2025. Die Zertifizierung des Boeing Starliners verzögert sich aufgrund von Problemen auf sämtlichen Testflügen, zuletzt mit den NASA-Astronauten Butch Wilmer und Zenita Williams, die nun mit Q9 und SpaceX Dragon zur Erde zurückkehren. Der weitere Zeitplan hängt davon ab, wann diese Probleme behoben werden. Außerdem verhandelt die NASA und Roskosmos über die Fortsetzung des Sitztauschs zwischen Soyuz und kommerziellen amerikanischen Crewfahrzeugen. Hintergrund ist eine permanente russische und amerikanische Crewsicherung, die potenziell den ISS-Betrieb beim Ausfall eines der Fahrzeuge sichern kann. Die ESA hat mit der OHB einen 63 Millionen Euro Vertrag zur Vorbereitung der Ramses-Mission unterzeichnet. Diese Mission soll den Asteroiden Apophis vor seinem Vorbeiflug an der Erde im April 2029 untersuchen. Die Mission basiert auf dem Design der Hera-Mission und wird eine vereinfachte, kostengünstigere Version sein. Ja, Ramses ist noch eine Vorstudie. Die Gesamtfinanzierung muss noch beschlossen werden. Anders sieht es bei der Harmony-Mission aus. Diese Mission ist Teil des Future-EO-Programms der ESA und zielt auf das Sammeln von Daten über Ozeane, Gletscher, Eisschilde und Landverformung, um den Klimawandel besser zu verstehen. Hier hat die OHB einen 280 Millionen Euro Auftrag von der ESA zur Entwicklung zweier Forschungssatelliten erhalten. Die Harmony-Satelliten sollen mit dem Copernicus-Satelliten Sentinel-1D zusammenarbeiten und Radar- und Infrarotinstrumente nutzen, um kleinste Bewegungen zu beobachten. Die gewonnenen Daten sollen Klimamodelle, Krisenmanagement und die Überwachung von Georessourcen stützen. Der Start der Mission ist für 2029 geplant. Airbus plant bis Mitte 2026 den Abbau von bis zu 2.500 Stellen in der Verteidigungs- und Raumfahrtsparte. Grund dafür sind finanzielle Herausforderungen, insbesondere im Raumfahrtbereich, wo höhere Verluste und Verzögerungen bei Satellitenprojekten Probleme bereiten. Trotz voller Auftragsbücher belasten Versorgungsengpässe und gestiegene Kosten das Unternehmen. Airbus will durch die Umstrukturierung finanzielle Stabilität zurückgewinnen. Das Münchner Start-up AuroraTech hat 25 Millionen Euro eingesammelt für den Ausbau einer Satellitenkonstellation zur Überwachung von Waldbränden. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Infrarotsatelliten im niedrigen Erdorbit und plant den Start eines dritten im Jahr 2025, sowie weitere Gruppen von acht Satelliten. Ziel ist eine vollständige Abdeckung mit 100 Satelliten, um weltweit Waldbrände schneller zu erkennen. Die Finanzierung wird in den Ausbau der Konstellationen, die Verbesserung der Datenmodellierung und die Expansion in Nordamerika investiert. Ich bin ja bekanntlich ein Fan von Raumfahrt-Studentengruppen. Die Studentengruppe Gruyere Space Program der Schweizer Hochschule EPFL in Lusanne hat diese Woche den ersten propulsiven Start-Plus-Landung einer Rakete in Europa durchgeführt. Laut eigener Angaben wurde mit dem wiederverwendbaren Raketenhopper mit dem Namen Colibri sechs Freiflüge in zwei Tagen durchgeführt. Darunter Einflug von 60 Sekunden auf über 100 Meter mit anschließender sicherer Landung auf der Startrampe. Das Gruyere Space Program hat das mit einem Drei-Jahres-Budget von unter 250.000 Franken, also umgerechnet 266.000 Euro, geschafft. Beim zweiten Flug der Vulcan Centaur am 4. Oktober löste sich bekanntlich die Düsenerweiterung eines Feststoffboosters. Trotz des Vorfalls flog die Rakete weiter. Die zentrale Stufe der Rakete, die kompensierte die reduzierte Effizienz des Boosters und die Mission erreichte laut ULA-CEO Tory Bruno eine sehr genaue Orbitalinjektion. Die Ursache des Düsenausfalls, die wird weiter untersucht, da diese Probleme bei früheren Starts des GEM 63 XL Boosters nicht auftraten. Da die Düsenerweiterung verschraubt wird, soll sich das Problem voraussichtlich schnell beheben lassen. Unklar bleibt, wie sich der Vorfall auf die Zertifizierung der Vulcan Centaur-Rakete durch die US Space Force auswirken wird. Die US Space Force, die erlaubt ja nationale Sicherheitsstarts nur mit flugerprobten Raketen mit mindestens drei erfolgreichen Starts. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang, voraussichtlich am Dienstag 22. Oktober Starlings mit Falcon 9 von Cape Canaveral. Ja und dann schon der Wochenabschluss, voraussichtlich am Samstag 26. Oktober eine japanische H3 22S von Tanigashima aus. An Bord befindet sich mit Kirameki 3, ein geostationärer militärischer Kommunikationsathlet für die japanischen Selbstverteidigungskräfte. Ja, ich hoffe die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.